Willkommen zurück beim Terran-Konflikt. Nino Go möchte, dass wir ballern. Wie können wir Ihnen helfen? Du hast einen Job für mich. Das ist vorragend. Durch diese Mission dürft Ihnen keine einzugroßen Schwierigkeiten bereiten. Gibt es etwas, das Sie interessiert? Der Schwerverbrecher Mulanu hat es geschafft, der Bewachung der Behörden, der Büronen zu entkommen. Ihr seid Pfeifen, wisst ihr das? Mulanu ist vermutung nach gut bewaffnet und es werden fähige Piloten gesucht, die den Job erledigen, den wir nicht machen können. Okay, ich mach's. Mulanu ist in Glücksplaneten. So. Nachbarsektor. Wie viel Zeit haben wir? Ach, ist egal. Wir springen nach Glücksplaneten. Ost- oder West-Tor? West-Tor. So. Sprungantrieb wird geladen. 10% Waffen scharf machen. 30, 40, 50%. Piratenhofer. Ha, ha. 80, 90. Initiäre Sprung. Erreiche System. Glücksplaneten. Na klar, der ist natürlich genau am anderen Tor. Aber sowas von. Mein Mann. Hallo? Hat da jemand geklopft? Hat da jemand angeklopft? Ha, 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 ha. 13er Gizeln und ein ferngelenkter Gefechtskopf. Ist egal. Wir wollen springen. Zum Ost-Tor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiäre Sprung. Erreiche System. Glücksplaneten. Oh, nicht du. Du. Pirat Nova. Guten Morgen. Wenn Sie mich weiter angreifen, sehe ich mich gezwungen, mich zu wehren. Okay. Eingehende Nachricht. Pirat Bussard. Pirat Nova. Ihr sieht sich gezwungen, sich zu wehren. Vergessen Sie es. Ich soll kapitulieren? Ha. Pirat Bussard. Projektilkanonen Munition. Banshee Rakete. Das ist meine. Frachtraum enthält. Banshee Rakete. Wir sind da noch alles rot. Pirat Discoverer. Pirat Bussard. Na gut. Dann helfen wir denen mal. Pirat Discoverer. Im Namen der Königin Atreus und des Königreichs Boren danken wir Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung. Asteroid. Habe ich doch gerne gemacht, meine Freunde. So, was haben wir denn hier? Banshee Rakete. Noch eine Banshee Rakete. Die nehmen wir mit. Hallo, Banshee Rakete. So. Frachtraum enthält nun Banshee Rakete. Jetzt wollen wir zurück durchs Osttor. Projektilkanonen Munition. Zu billig. Hier sind Ihre 133.000 Credits. Sehr gut. Erreiche System. Rolks Vermächtnis. So. Rolks Vermächtnis. Genau. Da haben wir gesagt, wir wollen durchs Westtor. Er dockt an. Die handeln. Er verkauft. Er hat Geld. Der hatte Kampfmissionen. Argon. Kein Mann. Was soll sein, Wille? Ich hätte da hinten. Verschlüssel jetzt die Daten für die Übertragung. Drei Schiffe nach Silizamine Beta in Montalá. Von hier aus nach Montalá? Ernsthaft? Rolks Vermächtnis. Das ist ein Sektor. Zwei Sektoren. Ah, drei Schiffe. Ne, ich vergiss es. Die sind immer, die fliegen immer stur geradeaus. Tor. Breiter Graben. Bei sowas hast du kaum eine Chance. Wir erkunden lieber neue Sektoren. Naja, was heißt neue Sektoren? Erstmal neue Verbindungen. Weil es geht jetzt darum, dass wir hier diese Verbindung klar machen. Und danach springen wir nach neuer Verdienst. Erreiche System. Breiter Graben. Und jetzt ist die Verbindung hergestellt. Und da gibt es eine Kampfpassion. So. Erzmine M Gamma. Erzmine M Gamma. Was gibt es hier noch im Sektor? Schwere Schilde, mittlere Waffen. Bruch- und Ausrüstungs-Stock. Da können wir mal wieder ein paar Raketen verkaufen. Andock-Vorgang. Königin Atreus und das König. Verbindung zum örtlichen Handel. Hervorragend. Molodou hat eine Mission für uns. Diese Mission dürfte Ihnen keine einzig großen Schwierigkeiten bereiten. Verbessert nicht unser Konto, aber unseren Ruf. So. Habe ich die Mission jetzt angenommen? Nein. Warum nicht? Sie sprechen mit Ihnen vor. Ich werde Ihnen die Informationen jetzt zusehen. Genau. Jetzt habe ich die Mission angenommen. So. Waffen scharf machen. Pirat, Harrier, Angreifer. Ein Harrier. Ach, das ist ja wie Kleinkinder die Lutscher wegnehmen. So. Pirat, Sterber. Pirat, Buster. Pirat, Harrier, Angreifer. In Rolls' Namen. Können Sie das bitte wiederholen? Nein. Ich verstehe das nicht. Ich wiederhole mich nicht. Im Namen der Königin Atreus und des Königreichs Bohon danken wir Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung. Pirat, Buster. In Rolls' Namen. Können Sie das bitte wiederholen? Ich verstehe das nicht. Wenn du es nicht verstehst, ist das dein Problem. Eingehende Nachricht. Ich wiederhole mich nicht. Sie wollen befahrt Tomahawk-Rakete. Pirat, Sterber. Du schießt doch nicht auf eine Tomahawk-Rakete auf mich, mein Freund. Friß. Stopp. Wir haben alles verloren. Sie haben wirklich ausgezeichnete Arbeit geleistet. Ich überweise Ihnen jetzt Ihre Bezahlung. Danke. So, Ihr Mistral. Handel. Du holst jetzt ein paar Energiezellen. Energiezellen gekauft. Geht klar. Und damit? Navigation. Springen. Sektor. Jetzt geht das wieder los. Wo war denn der? Hier. Kommando akzeptiert. Gut. So. Wir wollten jetzt Teladi Ausrüstungs... Ne, Boron Ausrüstungs-Doc. Und da unsere Raketen verkaufen. Eingehende Nachricht. Boron Ausrüstungs-Doc. So. Boron Ausrüstungs-Doc. Mistral. Kommando. Kommando Konsole. Navigation. Docker an. Teladi Ausrüstungs-Doc. Andock Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Das will ich auch hoffen. Wir sind schließlich gerade die besten Freunde. Eingehende Nachricht. C für Handel. Eine Spitfire. Oh, guckt euch mal an. Was das denn kann? 452 schnell. Soll aber ein M3 sein. Deshalb will ich die mal kaufen. Hier, 3x 25 Megajul-Schild. Und 400 schnell. So. Wir rüsten sie aus. Experimentelle Version. Zwei kaufen wir. Experimentelle Version. EM Plasma Kanone. Installiert. Zwei haben wir. Kann ihr die hier tragen? Muss ich mal gucken. Prototyp. Materie-Antimaterie-Werfer. Installiert. So, jetzt geht's los. Triebwerk-Optimierung. Triebwerk-Tuning. Installiert. 1, 2, 3, 1. Oh, wir haben ja nur noch zwei Mille auf dem Konto. Ruder-Optimierung. Das Ding will ich als Jäger für mich haben. Werderaumerweiterung. Installiert. Boost-Erweiterung. Install. Handelscomputer. Kampfsoftware. Lande-Computer. Installiert. Ne, Lebenserhaltung für Frachtraum? Doch, nehmen wir mit. Lebenserhaltung für Frachtraum. Navigationssoftware. MK. Singularitätszeit. Spezialsoftware. MK. Triplex-Scanner. Installiert. So. Gut. Jetzt mein Besitz. C für Kommando, Kommando, Kommando-Konsole, Navigation. Äh, gehe zur Position. Du bist gerade auf der Werft. Gut. Du gehst zur Position neben der Werft. Da. Kommando akzeptiert. Gut. Und wir docken hier mal an und verkaufen jetzt zu unseren ganzen Krämpeln. Andock-Vorgang erfolgreich. Königinertrieb. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Gewittersturmraketen. Haben wir keine. Hornissen brauchen wir. Hummeln brauchen wir. Ion-Kanone. Oh, hier. 15 Tomahaks. Tomahak-Rakete. Verkauft. Tomahak-Rakete. Verkauft. Sehr gut. Aber wir müssen Geld dazu bekommen. Alles klar. So. Jetzt können wir abdickeln. Und jetzt müssen wir nach Osttor. Nach Zweifel der CEO. Genau. Die Verbindung fehlt uns. Tor. Zweifel des CEOs. So. Eingehende Nachricht. Mistral. Sehr gut. Triebwerkstuning. Installiert. Boost-Erweiterung. Installiert. Handelscomputer-Erweiterung. Installiert. Handelssoftware. Handelssoftware. Kampfsoftware. MK1. Installiert. Kampfsoftware. MK- Navigationssoftware. MK1. Installiert. Schnäppchen-Finder. Spezialsoftware. MK1. Installiert. Verkaufspreisfinder. Installiert. So. Und die Laderaumerweiterung kriegst du auch noch. Laderaumerweiterung. Installiert. Jetzt sind wir uns noch ganzes Geld los geworden. Das heißt für dich, du musst. Kommando. Kommando Konsole. Navigation. Springe in Sektor. Kommando akzeptiert. Aldrin. Sie wurden befördert. Ich bin Bankier. Aha. Eingehende Nachricht. Okay. Du bist dort. So. Was haben wir denn jetzt hier? Kannst du Energiezellen aufnehmen? Ja. Kommando. Kommando Konsole. Navigation. Docker an. Aldrin. Da. Undock Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Genau. Docke dort einfach an. Und wir sagen jetzt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich fiege jetzt hier durch. Und dann. See you later. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.